So, und dann können wir den Rest der Decke machen. Sollte eigentlich reichen. Sollte eigentlich reichen. Ja. Den hier mache ich jetzt trotzdem weg. Schade, er hat den verbrannt. Schade, schade. Moment mal. Leute, wenn ich hier einen Blocken mache, dann würden hier die Tropfen trotzdem noch runterkommen. Warum bin ich da nicht zuerst auf die Idee gekommen? Jetzt haben wir uns in zwei verbrannt. Schade. Sehr, sehr schade. Okay. Mitte. Haben wir eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Genau. Und hier haben wir eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Genau, das ist die Mitte. Bist. Der kommt trotzdem weg. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie die anfängt. Das müsste ich jetzt erstmal nachsehen. Aber, das reicht. Genau. So. So. so heißt aber auch die müssen auch noch ausgetauscht werden durch ganze blöcke naja ok jetzt sehen wir erst mal nach leute wo genau das anfängt die ganzen blöcke lassen wir erstmal wir haben eh nur vier also wenn ich reingehe immer außen ok und immer nach hinten oder war es nach hinten genau also immer nach außen da an der seite und nach hinten abgehen ok das heißt hier und zwar nach hinten arm ist nach hinten ab abgehend gut und und hier genau und 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 genau genau Der hier kann eigentlich bleiben. Genau. Das müssen jetzt ein Ganze werden. Da habe ich leider nur noch vier. Wobei, ich habe da noch mehr. Das merke ich gerade. Sehr schön. So, dann hier weiter. So, dann hier weiter. Der ist jetzt echt blöd. Nee. Ach, das hat schon gereicht. Okay. Das war einer zu viel. Ach, Mist. Ich mache hier alles kaputt, Leute. Sehr schön. Ich habe hier beide Ecken weggemacht. Ach, komm. Ich habe hier beide Ecken weggemacht. Nee, halt. Der wäre richtig gewesen. Der ist richtig. Das ist richtig. Und das auch. Super. Dann haben wir jetzt das. Und dann kommen hier noch Werkbank und Netto hin. Die holen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und dann kommen noch Lichter, Beleuchtung und die Zäune. So, Zaun, 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 Zaun habe ich nicht. Doch, da habe ich. So, und Licht. Drei. Das, also jetzt vier. Das reicht nicht. Ich brauche ja drei pro Seite. Waren drei pro Seite, oder? Hier jeweils und dann hinten immer. Genau. Brauche ich noch zwei. Okay. Genau. Wir können die hier wieder rein. Und wir können wieder nach vorne. Okay. Okay. So, genau. Wobei ich mir nicht sicher bin Ob die tatsächlich hier in der Wand waren oder da Deswegen seh ich mir das nochmal nach Nochmal an Ja genau Ja dann brauche ich jetzt Die Zäune auch nicht mehr Die kann ich auch hier lassen Dann graben wir jetzt noch nach oben Leute Ich bin gespannt wie weit wir kommen Könnte sein, dass wir jetzt dann den Trank der Feuerresistenz brauchen Aber mal sehen So, hier war das glaube ich sogar, oder? Ach, da haben wir jetzt die Lampe hingehängt Oder war das da vorne? Ist das jetzt weg, weil wir da die Lampe hingehängt haben? Oh, schade Egal, jetzt gehen wir erstmal hier hin So, einfach schnurstracks nach oben Leute Habe ich jetzt gerade richtig gesehen Ist da Lava? Ja, da tropft Lava runter Leute Rieglert meint ja, wir würden in einem Lavasee rauskommen Hm Bräuchte ich einmal Oder wir gehen einfach mal hier weiter Vielleicht kommen wir hier besser hoch Ja, ich glaube ich möchte hier hoch Und sie sagen, ich habe eine falsche Sensation Zählt natürlich kein Ding mehr, aber Hier kann ich noch hoch Und ich bin nicht in einem Lavasee Hey, war das nicht das, was ich vorhin mal gesehen hatte? Nein War was anderes Oh Mist Ich glaube, der hier war es, oder? Oh Mist Oh Mist Okay Wir sind also ganz knapp nicht im Lavasee rausgekommen Ich glaube, es wird der hier, Leute Ja Gut Eigentlich könnten wir gleich komplett Den Weg auch nach unten graben, Leute Interessant Aber Der Weg gibt es dann nach oben Wir machen immer die Spitze Also die Mitte Da, wo die Mitte rauskommt Da geht es dann auch raus Und nicht vorher irgendwo So So, ich weiß nicht, wo die Ding anfängt Die Treppe Deswegen machen wir das einfach so Und ich hoffe, die Spitze Hacke hält das auch noch aus Die ist ja fast kaputt Da habe ich ja gar nicht mehr darauf geachtet Gerade Also viel dürfte es gar nicht mehr sein Ich hatte ja nur zwölf, glaube ich, oder? Ah Sehr schön Ich habe ja nur zwölf, glaube ich Und gleich die nächste Ah nein, das ist dieselbe Höhle Aha Na ja Ich habe ja nur zwölf, glaube ich Ich habe ja nur zwölf, glaube ich Bis zum nächsten Mal.